Was ist Vielfalt? Diese Frage haben wir unseren Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern gestellt. Und ihre Antworten waren so bunt und individuell wie das Union-Hilfswerk selbst. Gemeinsam sind wir nicht nur für und miteinander da, sondern schaffen Lebensqualität. Für alle Menschen, die uns umgeben. Unabhängig von ihrer Herkunft oder Weltanschauung. Es ist unsere Einzigartigkeit, die andere dazu bewegt, neue Perspektiven einzunehmen. Ihre Unterschiede zu zelebrieren und noch mehr sie selbst zu sein. Das sind wir. Mit Wertschätzung und gegenseitigem Respekt bereichern wir unsere Welt. Damit wir nicht nur unser Leben frei gestalten können. Im Bereich der Palliativen BWRT bedeutet Vielfalt, dass wir alle nehmen, wie sie sind. Und nicht versuchen, sie in ein bestimmtes Schema zu pressen. Und gerade in unserem Bereich bedeutet Vielfalt und Toleranz, auch den Tod und Sterbewünsche von Menschen zu akzeptieren. Viele Buchstaben ergeben ein Wort. Viele Farben einen Regenbogen. Vielfalt bedeutet für alle etwas anderes. Doch am Ende ergeben alle eins. Wir sind das Union-Hilfswerk. Wir sind Vielfalt. Vielfalt.